Ich war runtergelaufen. Also ich glaube, unseres ist tatsächlich kaputt. Also hier ist definitiv nichts. Na? Nein. Auch unter der anderen Brücke auch nicht. Ja, das würde dann aber auch mit dem Screenshot nicht mehr hinkommen. Also mit dem Blickwinkel. Die müssen nicht stimmen, das haben wir auch schon festgestellt. Aber Arne repariert die ja glaube ich auch. Bei welchem habt ihr jetzt die Probleme? Also ich habe hier bei dem Legbottom und die anderen bei dem... Naja, obwohl. Die Brücke bist du aber auch schon hier, ne? Die unter... die oberen, Janek, ne? In dieser Brandschlaggrube bin ich auch drin. Ich habe auch hier diese Höhle, wo das angeblich drin sein soll. Da ist aber nichts. Ich kann aber auch sagen, dass das zusammenhängt. Und dass das nicht gestartet ist. Dass das prinzipiell Buggy ist. Mhm. Ja. Ja. Ja.